Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, einfache Notiz anzunehmen bei Gwul Hogwind in Mulgur. Da wird Cloud Mesa an dieser Position. Das Startgebiet der Betauern Nehmt die Quest an und die Quest führt einen zum Klassenlever. Ich weiß nicht, ob die Quest immer gleich heißt, also bei allen Klassen, aber solltet ihr die oberste Quest annehmen, dann ist es nur mal die, was euch zum Klassenlever führt. In meinem Fall von Quigar ist es der Havut Sanderhorn in Mulgur, Fred Cloud Mesa, in dieser Position. Ich bin in dieses Gebäude gelaufen. Danke fürs Zuschauen, hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao!